Wie auch bei den anderen Studiengängen, die wir hier auf dem Kanal vorgestellt haben, handelt es sich auch bei der Psychologie um ein sehr beliebtes Studienfach. Leider ist der NC relativ hoch, das heißt du brauchst ein ziemlich gutes Abi, um an einen Studienplatz zu kommen. Wie du es aber trotz schlechten Abis schaffen kannst, das erfährst du in diesem Interview. Dan erzählt dir nicht nur von seiner beeindruckenden Geschichte und dem Psychologiestudium an sich, sondern er geht auch auf die vielen Umwege und die Möglichkeiten ein, die ihn dazu gebracht haben, heute Psychologie in Präsenz an der Uni Marburg zu studieren. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Dan, sehr cool, dass du dabei bist. Magst du dich unseren Zuschauern kurz vorstellen? Hi Michi, sehr cool, dass ich dabei sein darf und dass du mich als Interviewpartner angefragt hast. Kurz zu mir. Mein Name ist Dan, ich bin 22 Jahre alt, wurde in Kasachstan geboren und als ich sehr klein war, bin ich mit meinen Eltern hierher nach Deutschland ausgewandert. Zurzeit studiere ich Medienwissenschaften und Psychologie an der Philips-Universität in Marburg, mache somit einen Doppelbachelor und zu meinen größten Hobbys zählt das Baseballspielen, was ich auch seitdem ich sieben bin betreibe. Jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass du einen sehr spannenden Werdegang hinter dir hattest. Bevor wir auf die Einzelheiten des Psychologiestudiums eingehen, wie kam es dazu? Ja, schon in der Schulzeit interessierte ich mich für die menschliche Psyche und fand viele Fragen in diesem Bereich ziemlich aufregend. Warum unterscheidet sich das Verhalten eines Menschen von Situation zu Situation? Gibt es gravierende Unterschiede in der Wahrnehmung und dem Erleben? Gleichzeitig interessierte ich mich auch für die psychischen Erkrankungen, die es gibt. Was sind sie überhaupt? Welche Symptome gibt es? Wie erlebt jemand mit einer psychischen Erkrankung die Welt? Und vor allen Dingen, wie kann man jemandem helfen, der eine solche Krankheit hat? Ja gut, ich muss dann dazu sagen, dass mein ganzer Werdegang ein bisschen anders ist als der klassische. Ich habe in der Oberstufe ein Jahr freiwillig wiederholt und dachte, dass ich dadurch meinen Abiturschnitt ein bisschen aufpoliere. Leider ging die Rechnung nicht ganz so gut auf und es hieß für mich Umdenken. Ich wollte auf jeden Fall nach dem Abitur raus aus meiner Heimatstadt und wollte was Neues sehen, was Neues entdenken. Und guckte vor allen Dingen, was mich noch interessierte. Ich wurde schnell auf den Studiengang Medienwissenschaften aufmerksam in Marburg und habe mich dort beworben. Wurde angenommen und im Wintersemester 2018 startete ich also dort mein Medienwissenschaftsstudium. Gleichzeitig erfuhr ich aber durch eine gute Freundin von mir damals, dass es die Möglichkeit gibt, Psychologie nicht präsent an einer Uni zu studieren, sondern an einer Fernuni, also zu Hause. Ich habe mich informiert und mich auch dort beworben. Somit fing ich parallel an zu studieren, also Medienwissenschaften in Marburg und an der Fernuni Hagen Psychologie. Im letzten Wintersemester habe ich mich dann dazu entschieden, einen Studienortswechsel zu beantragen. Das heißt, dass ich von der Fernuni Hagen auf eine Präsenzuni wollte und da hat sich Marburg ganz gut angeboten. Ich habe Gott sei Dank einen Platz bekommen und studiere seit letztem Wintersemester, also hier in Marburg an der Philipps-Universität, sowohl Medienwissenschaften als auch Psychologie. Respekt, Digga, das nenne ich mal richtige Motivation. Gab es aber nicht auch irgendwie einen Weg, der einfacher ist? Also welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, wenn mein Abi nicht ausreicht, um Psychologie zu studieren? Ja, Michi, sehr, sehr gute Frage, die ich mir auch sehr häufig in meiner Schulzeit gestellt habe. Wie ist es denn möglich, einen Studienplatz in Psychologie zu bekommen? Denn in Deutschland ist Psychologie eines der begehrtesten Studienfächer überhaupt. Und oftmals gibt es viel zu viele Bewerber auf viel zu wenige Studienplätze. Oftmals ist auch das Abiturdurchschnitt das Auswahlkriterium schlechthin, also der N10, numerus clausus. Mit einem Abi-Durchschnitt von 1,0 bis 1,3 hat man definitiv gute Chancen, einen solchen Platz zu ergattern. Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten, einen Psychologieplatz zu bekommen, auch ohne hammermäßiges Abitur. Eine Möglichkeit, einen solchen Studienplatz zu bekommen, ist durch Wartesemester. Das sind Semester, an denen man an keiner Hochschule in Deutschland studiert. In Marburg war es letztes Wintersemester so, dass mit einem Abi-Durchschnitt von 2,2 und 7 Wartesemestern, du einen solchen Studienplatz zugesichert bekommst, beziehungsweise Kriterien erfüllst, um einen solchen Platz zu bekommen. Eine andere Alternative ist, Psychologie im Ausland zu studieren. Beliebte Länder sind da beispielsweise Frankreich, Holland oder Österreich. Oftmals benötigt man aber entsprechende Sprachkenntnisse des Landes oder recht gute Englischkenntnisse, die man nachweisen muss. Beispielsweise durch Zertifikate. Man muss jedoch auch sagen, dass andere Länder auch andere Lebenserhaltungskosten haben. Hinzu kommt, dass in Ländern wie Frankreich oder Holland Studiengebühren anfallen. Das heißt, dass die Kosten, um ein Fach zu studieren, oftmals höher sind als in Deutschland, wo man Semesterbeiträge zahlt, die deutlich unter den Studiengebühren liegen. Österreich ist hierbei ein Sonderfall, da man Psychologie auf Deutsch studieren kann und die Studiengebühren gar nicht so hoch ausfallen. Anders als in Deutschland, wo es ein NC gibt und eine Abitur-Durchschnittsnote ausschlaggebend dafür ist, ob du einen Platz zugesichert bekommst oder nicht, gibt es das nicht in Österreich. Denn dort verläuft die Studienplatzvergabe mit Hilfe von Klausuren oder Vortests. Man meldet sich vorab an entsprechenden Hochschulen und Universitäten an, an denen man studieren will und bereitet sich für eine Klausur vor, ein Vortest. Wenn man bei diesem Termin erscheint und erfolgreich diese Klausur absolviert, bekommt man einen Platz zugesichert für das entsprechende Fach, was man studieren will. Man kann sich auch dazu entscheiden, Verwandtefächer wie Soziologie zu studieren, was an jeglichen Hochschulen hier in Deutschland möglich ist, obwohl der NC nicht allzu krass ist wie in Psychologie. Ein anderes Beispiel wäre Wirtschaftspsychologie, wo man sich im Studium auch mit wirtschaftlichen Sachen und Aspekten auseinandersetzt, wo man jedoch auch sagen muss, dass das Studium an sich schon etwas teurer ist als an staatlichen Universitäten. Die Möglichkeit, für die ich mich entschieden habe, war Psychologie über eine Fernuniversität zu studieren. In meinem Fall war es die Fernuniversität Hagen, die eine staatliche Hochschule war und worüber man auch einen ganz regulären Bachelorabschluss und einen ganz regulären Masterabschluss absolvieren kann in Psychologie. Leider ist es so, dass Hagen keine klinischen Module anbietet. Das heißt, dass mit einem Abschluss in Hagen man nicht in der Lage ist, später den Beruf eines Psychotherapeuten ausüben zu dürfen. Weswegen ich mich entschieden habe, dann einen Studienortswechsel zu machen. Zum Glück hat es ja geklappt und klinische Module folgen auch in den weiteren Semestern hier in Marburg. Sehr cool. Ja, das gibt natürlich einem Hoffnung. Wie waren die letzten Jahre für dich? Ich meine, ich stelle mir das sehr anstrengend vor. Wie konntest du beides gleichzeitig durchziehen? Ja, Michi Phasen weiß, es ist echt anstrengend und anspruchsvoll, aber ich führe mir immer vor Augen, warum ich das Ganze mache. Und ich glaube, es würde einem grundsätzlich keinen Spaß machen, wenn man kein Interesse für das Fach hat und gar keinen Spaß an den gelehrten Inhalten zeigt. Aber ich finde sowohl Medienwissenschaften als auch Psychologie extrem spannend und habe Spaß am Studium. Und ich glaube, das erleichtert die Sache enorm. Und die Fernuni? Wie genau kann man sich ein Studium an der Fernuni vorstellen? Ich war ja an der Fernuniversität Hagen, die eine staatliche Fernuniversität ist und die sich wahrscheinlich leicht von den anderen privaten Fernuniversitäten unterscheidet. Als Vollzeitstudierender belegt man in der Regel zwei Module pro Semester. Die einzelnen Module haben auch entsprechende Preise, aber es war nie der Fall, dass ich für Hagen mehr aufgekommen bin als für Marburg. In den ersten Semestern muss man gewisse Einführungs- und Grundlagenfächer absolvieren. Dazu gehört das Modul Einführungen in die Psychologie und Statistik. Wenn man die beiden Module erfolgreich absolviert hat, ist man auch in der Lage, für die anderen Fächer die entsprechenden Prüfungsleistungen zu absolvieren. Wenn man Einführungen in die Psychologie und Statistik leider noch nicht erfolgreich mit einer Klausur abgeschlossen hat, ist man leider auch nicht in der Lage, in einem der anderen Module eine Klausur abzulegen. In den weiteren Semestern folgen dann entsprechende Einführungsmodule, wie beispielsweise Einführungen in die Arbeits- und Organisationspsychologie. Wie vorhin erwähnt, unterscheiden sich die Module in der Regel nicht sonderlich von den anderen Modulen, die an anderen normalen staatlichen Präsenzuniversitäten angeboten werden. Jedoch ist der Spezialfall in Hagen bzw. an anderen Fernuniversitäten auch, dass eben klinische Module komplett wegfallen. Das Besondere an einem Fernstudium ist es, dass man selbst entscheiden kann, wann, wo und wie man seinen Stoff aufarbeitet und lernt. Das heißt, dass man unter der Woche keine festen Termine und Veranstaltungen hat, die man besuchen muss, sondern gewisse Inhaltsteile freigeschaltet werden für einen, die man in einer gewissen Zeit abzuarbeiten hat. Dann hat man im Laufe des Semesters auch entsprechende Studienleistungen. Das sind Aufgaben oder Übungen, die man einsenden muss und für die man auch Zeit bekommt. Dort sind auch gewisse Termine im Semester vorgemerkt, die man einzuhalten hat. Die Klausuren werden dann nicht online geschrieben, sondern in Präsenz, oftmals im Regionalzentrum. Das ist das Zentrum, das für einen als Studierenden zuständig ist für gewisse Fragen, die das Studium betreffen, für Anmeldungen, Bewerbungen etc. Wie gerade gesagt, werden dort auch die ganzen Klausuren abgehalten. Ich hatte aber auch den Fall, dass entsprechende Klausuren an Universitäten geschrieben wurden, in großen Hörsaalgebäuden. Statistik beispielsweise habe ich an der Goethe-Uni Frankfurt geschrieben. Und die Anerkennung der Module war da kein Problem mehr? Ja, Michi, grundsätzlich werden alle Leistungen, die du absolviert hast, verbucht und angerechnet. Jedoch nicht alle, wenn es Unterschiede gibt in den entsprechenden Modulen. Bei mir war es nämlich der Fall, dass ich in Biopsychologie einiges nachholen musste. Vor allen Dingen der Teil, der sich mit Psychopharmakologie beschäftigt. Also die Lehre über Substanzen, die das Wahrnehmen und das Erleben eines Individuums beeinflussen können. Das habe ich hier in Marburg nachgeholt, aber sonst wird mir so gut wie alles angerechnet. Dann lass uns doch jetzt gemeinsam genau auf dein Studium eingehen. Wie genau ist das Studium aufgebaut? Welche Inhalte oder Fächer sind besonders wichtig? Und gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Universitäten? Also grundsätzlich kann ich sagen, dass das Psychologiestudium echt vielseitig ist, da man sich mit vielerlei Konzepten, Theorien, Modellen und Methodiken auseinandersetzt. In den ersten paar Semestern beschäftigt man sich mit Grundlagen und Basisfächern, wie beispielsweise Sozialpsychologie, wo man eben lernt, wie ein Individuum in einer Gruppe funktioniert und interagiert. Oder Biopsychologie, wo man eben die ganzen Neurotransmittersysteme lernt und wie das Gehirn aufgebaut ist. Auch Statistik hat man in den ersten paar Semestern, was für einige eine Hürde sein kann. Auch für mich, da man sich eben viel mit Mathematik auseinandersetzt und Wahrscheinlichkeiten. Aber ich glaube, wenn man einmal verstanden hat, warum man das Ganze benötigt, wie die ganzen Programme funktionieren und warum es einen so großen Stellenwert in der Psychologie einnimmt, dann hat man einen leichteren Zugang für das Ganze. Im weiteren Verlauf des Studiums kommen dann eine ganze Reihe an Einführungsmodule, wie beispielsweise Einführungen in die klinische Psychologie oder Einführungen in die Kinder- und Jugendpsychologie. Danach folgen Wahlmodule. Das sind Module, wo Studierende sich explizit nochmal mit einem Thema auseinandersetzen können und auch spezialisieren können. Beispielmodule wären hierbei Grundlagenvertiefungen in die neurowissenschaftliche Psychologie oder die Wirtschaftspsychologie. Neben den ganzen Inhalten müssen wir als Psychologiestudierende auch 30 Versuchspersonenstunden absolvieren. Das sind eben Stunden, an denen wir bei psychologischen Experimenten oder psychologischen Studien teilnehmen. Darüber hinaus müssen wir auch selber Fragebögen erstellen oder Gutachten schreiben. Und neben dem ganz großen Berufspraktikum gibt es auch ein Experimentalpraktikum, wo wir eben einen psychologischen Versuch planen, durchführen und auswerten. Jetzt gibt es ja verschiedene Begriffe. Den Psychotherapeuten, den Coach, den Psychologen. Manche gehen in die Forschung, andere in die Wirtschaft. Wie genau hängen diese ganzen Bezeichnungen zusammen? Erleuchte uns bitte. Also Michi, das ist eine sehr klassische Frage, wo es jedoch sehr viele Missverständnisse gibt. Es kann sich jemand psychologischer Psychotherapeut nennen, der erfolgreich einen Bachelor in Psychologie absolviert hat und dann einen klinischen Master dran gehangen hat. Zudem muss derjenige eine 3- bis 5-jährige Ausbildung als Psychotherapeut absolviert haben. Erst dann kann man sich psychologischer Psychotherapeuten nennen. Und dann hat man auch die Approbation, das heißt die Erlaubnis, einen Heilberuf ausüben zu dürfen. Psychiater hingegen sind Leute, die Medizin erfolgreich absolviert haben und letztendlich ihre Facharztausbildung als Psychiater hingelegt haben. Coach hingegen ist kein so sicherer Begriff. Somit kann sich jeder eigentlich Coach nennen, der sich mit solchen Sachen befasst. Und da eben es keine klare Richtlinie gibt, wann man sich Coach nennen darf oder nicht. Aber da gibt es auch eine Menge von Leuten, die in der Regel davor Psychologie studiert haben. Welche Berufsgruppen sind denn besonders interessant für Psychologen und weißt du, wie hoch das Einstiegsgehalt ungefähr nach dem Master liegt? Viele studieren Psychologie, um später den Beruf als Psychotherapeut ausüben zu können. Und dann erwartet einen auch ein ziemlich gutes Gehalt. 3.000 bis 6.000 Euro brutto sind es monatlich. Es ist jetzt nicht ein Spitzengehalt und die Luft nach oben ist auf jeden Fall da. Aber viele studieren das nicht des Geldes wegen, sondern wirklich mit der Motivation später Menschen zu helfen. Ein weiterer Berufszweig sind soziale Einrichtungen oder soziale Institutionen, wie beispielsweise die Schule. Wo einem etwas weniger Geld erwartet, aber es auch bestimmt ein sehr, sehr cooler Bereich ist, wo man später tätig sein kann. Man kann auch in die freie Wirtschaft gehen, wo man nicht ganz genau sagen kann, wie viel man da verdient, weil die Gehälter sich dort am meisten unterscheiden und vor allem auf drei Faktoren es ankommt. Nämlich die Unternehmensgröße, Standort und die Branche. Aber man kann unterm Strich sagen, dass man später mit Psychologie ganz gutes Geld verdient, aber es nicht die primäre Motivation sein sollte, um das Studium zu beginnen. Und wie sieht dein Alltag aus? Also kannst du die Uni Marburg empfehlen und was geht außerhalb des Unterrichts ab? Eine sehr spannende Frage, Michi. Also tagsüber beschäftige ich mich die meiste Zeit mit Unikram. Ich habe da meine Veranstaltungen, ich tue Sachen nacharbeiten oder mich für den nächsten Tag vorbereiten, für einige Seminare oder Veranstaltungen, die anstehen. Dann versuche ich meinen Tag relativ sportlich zu gestalten. Ich spiele ja auch Baseball im Verein oder frage Freunde, ob die Lust haben auf Skaten oder weiteres. Vor allem im Sommer ist es auf jeden Fall was, was mir ziemlich Spaß macht. Zudem sei gesagt, dass Marburg eine reine Studentenstadt ist. Du gehst raus und siehst so viele junge Leute, so viele Leute, die in dem selben Alter sind wie einer selbst. Und zudem hat die Stadt echt ganz viele coole und vor allen Dingen grüne Spots, wo man hingehen kann und seine Freizeit echt schön gestalten kann. Das Sportangebot oder die Freizeitangebote in Marburg sind auch vielseitig. Zudem haben wir eine ausgesprochen schöne Barkultur. Wir haben sehr viele und zahlreiche Bars. Somit ist für die Freizeitgestaltung am Wochenende auch gesorgt. Alright, nächste Frage. Was gefällt dir am Studium und was eher nicht? Ja, mich hier am Studium gefällt mir vor allen Dingen die Bandbreite an Wissen, die man gewinnt. Das Studium ist sehr vielseitig und man hat echt ein umfangreiches Wissen darüber, wie ein Individuum die Welt wahrnimmt, erlebt und wie ein Individuum mit seiner Umwelt interagiert. Was mir vielleicht nicht so gut gefällt, ist der hohe Methodenanteil und Statistikanteil. Aber der ist natürlich ja auch notwendig und wichtig. Jetzt hast du uns ja deinen ganzen Werdegang, deinen ganzen Lebensweg geschildert. Würdest du alles wieder genauso machen? Och Michi, eine sehr, sehr knifflige Frage. Also ich glaube schon, dass man im Nachhinein mit dem ganzen Wissen und der Erfahrung, die man gesammelt hat, einiges anders machen würde, einige Entscheidungen anders treffen würde. Aber letztendlich haben mich die Entscheidungen dahin geführt, wo ich gerade bin. Und ich bin ziemlich zufrieden mit meiner Situation aktuell. Sehr cool, ja. Bin da ganz deiner Meinung. Wie sieht es denn aus mit den Vorkenntnissen? Muss ich bestimmte Fächer belegt haben in der Schule? Muss ich stark in Mathe sein? Was ist da so deine Meinung zu? Ja, Michi, ich glaube, man braucht gar nicht so viel Vorwissen vorauszusetzen. Ich glaube, es ist eher wichtig, Menscheninteresse zu besitzen grundsätzlich. Und man muss jetzt auch nicht der größte Altruist sein. Aber Empathie ist auch wichtig, vor allem für den einen oder anderen Beruf später. Man muss auch kein Überflieger in Mathe sein. Man muss jetzt kein Mathe-Genie oder Mathe-Ass gewesen sein in der Schule, um Statistik erfolgreich absolvieren zu können. Und mit den ganzen Verfahren später im Laufe des Studiums arbeiten zu können. Aber man darf definitiv nicht mathe-scheu sein. Also, man darf keine Angst vor Zahlen haben. Denn die werden einem im Studium definitiv begegnen. Zudem sind die meisten Studien und Texte auf Englisch verfasst, weswegen man auch ein gewisses Grundverständnis oder Englischkompetenzen voraussetzen sollte. Aber auch alles möglich und kein Hexenwerk. Viele sind sich nach der Schule ja sehr unsicher, wie es weitergehen soll. Hast du hier noch einen Tipp für unsere Zuschauer? Ja, Michi, die habe ich tatsächlich nicht. Ich würde jedem empfehlen, sich umzuschauen, umzuhören. Wenn ihr wirklich keine Ahnung habt, wie man einen entsprechenden Studienplatz bekommt, wie das Ganze funktioniert, wie ein Studium aufgebaut ist und mit welchen Inhalten man sich im Laufe des Studiums auseinandersetzt. Hört euch um. Fragt Lehrer, fragt eure Verwandten, fragt Bekannte, fragt Freunde. Vielleicht kennen die sogar jemanden, der dasselbe studiert, was ihr studieren wollt. Ich hätte beispielsweise niemals Wind bekommen von der Möglichkeit, Psychologie an einer Fernuniversität zu studieren, ohne dass ich mich aktiv mit Leuten darüber unterhalten hätte. Also, schaut euch um. Macht euch definitiv einen Plan nach dem Abitur. Es muss jetzt kein großer Masterplan sein. Ich halte auch nicht so viel davon, dass man sein Leben richtig strukturiert und komplett durchplant. Aber macht euch definitiv Gedanken. Nutzt die Zeit und nutzt eure Kontakte. Zudem kann es auch hilfreich sein, einfach mal eine Universität zu besuchen. Einfach, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Setzt euch auch gerne in Vorlesungen. Da ist es eh egal, wer drin sitzt, weil da die Anwesenheit in der Regel nicht kontrolliert wird. Setzt euch hin, schaut euch die Sachen an. Schaut euch an, was gelehrt wird. Guckt euch auch die Internetseiten der entsprechenden Universitäten an. Da bekommt ihr auch sehr viele Informationen. Beispielsweise auch Modulhandbücher, wo ihr sehen könnt, was gelehrt wird, mit welchen Sachen ihr eben zu tun haben werdet im Studium. Alles sehr, sehr hilfreich. Was sich dem einen oder anderen oder der einen oder anderen mit auf den Weg geben will, ist noch die Botschaft. Stresst euch nicht. Selbst wenn ihr euch einen Weg rausgesucht habt, heißt es nicht, dass ihr den Weg auch euer gesamtes Leben lang gehen müsst. Wenn ihr euch nach der Schulzeit entschieden habt, einen Studiengang anzufangen, heißt es nicht, dass ihr ihn auch beenden müsst. Seid so mutig und traut euch vielleicht Sachen auch frühzeitig zu beenden. Sachen einfach nicht abzuschließen und euch nochmal neu zu orientieren. Wenn ihr merkt im Studium, dass euch das vielleicht nicht liegt, dass ihr euch das anders vorgestellt habt, dann seid doch so ehrlich zu euch und brecht ab und fangt was Neues an. Dafür ist das gesamte Leben auch da. Immer mal wieder gucken, was einem mehr liegt, was einen mehr interessiert und sich danach ausrichten, anstatt irgendwas fertig zu bringen, nur weil man das angefangen hat. Sehr cool. Bevor wir das Interview gleich abschließen, gibt es jetzt noch eine kleine Blitzfragerunde. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und ich bin gespannt auf deine Fragen, Michi. Es kann losgehen. Angenommen, Psychologie gäbe es nicht als Fach. Was würdest du dann studieren? Darüber hinaus hat mich immer ein Beruf fasziniert, womit ich mit Leuten in Kontakt treten kann und wo ich Leuten auf jeden Fall helfen kann. Ich glaube, ich hätte Lehramt studiert mit den Fächern Deutsch, Sport und Politik. Beschreibe deinen Studiengang in drei Wörtern. Spannend, vielseitig, zeitaufwendig. Was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach in der Schule war definitiv Sport. Danach Deutsch und im Studium interessiert mich vor allen Dingen Sozialpsychologie. Fächer wie Persönlichkeitspsychologie, klinische Psychologie hatte ich noch nicht. Aber da kann ich mir auch vorstellen, dass mich das interessieren könnte. Was ist dein Hassfach? Uff, in der Schule war es definitiv Mathe. Und ich glaube, im Studium das Äquivalent dazu, Statistik. Was ist dein Traumberuf? Ich habe jetzt noch keine klare Vorstellung, was mein Traumberuf sein könnte. Ich kann mir den Beruf als Therapeuten sehr gut vorstellen. Aber wie vorhin gesagt, irgendein Beruf, womit ich Leuten helfen kann. Wer ist dein größtes Vorbild? Meine Vorbilder sind in jeglicher Hinsicht meine Eltern, definitiv. Auf die bin ich sehr, sehr stolz und auf einige Entscheidungen, die sie in ihrem Leben getroffen haben. Darüber hinaus habe ich mehrere Vorbilder in verschiedenen Bereichen des Lebens. Im Basketball wären das Kobe Bryant und Kevin Durant. Und darüber hinaus feiere ich auch Elon Musk sehr. Dan, vielen Dank für deine Zeit und das megacoole Interview. Ich bin mir sicher, dass die Inhalte für ihn weiterhelfen werden. Michi, ich habe zu danken. Du hast dir auf jeden Fall sehr, sehr spannende Fragen überlegt. Und die Beantwortung hat mir auch eine große Freude bereitet. Ich bin aktuell nicht so aktiv auf Social Media. Ihr könnt trotzdem bei mir auf Instagram vorbeischauen. Darüber hinaus bin ich aber auch im Mentoring-Programm von Legman. Da könnt ihr auch Kontakt zu mir aufbauen, worüber ich mich auf jeden Fall freuen würde. Dan hat es gerade erwähnt, wir haben ein Mentoring-Programm gestartet. Mehr Infos dazu in der Beschreibung und auf unserer Website. Alles natürlich kostenlos und unverbindlich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns natürlich über ein Like und ein Abo. Weitere Videos folgen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.